Wenn wir uns verteidigen müssen, sind wir auch nicht locker und konzentriert unter Umständen. Also dieser Test, wie funktioniert mein Karate, wenn ich mal muss, wenn ich gerade nicht will, den sollte man doch ruhig ab und zu mal durchlaufen. Holger hat eine gute Mischung aus Strenge oder sozusagen als Vorbildfunktion, aber auch eben Spaß und ab und zu mal ein Späßchen während des Trainings. Lobi auch lächelt. Die Tänzer zeigen uns dann richtig, die arbeiten sehr hart, aber die ganze Zeit lächeln sie. Oder auch als Freund, der immer ab und zu auch mal einen Witz macht und nicht nur sich versteift auf Karate oder aufs Training, dass wir nur irgendwelche Leistungen bringen, sondern er wird dann auch ab und zu mal persönlich und fragt ab und zu, wie es sich in der Schule, im Beruflichen läuft, privat. Holger hat sich im Laufe der Jahre und auch der Jahre als Trainer doch stark verändert, finde ich. Früher war es halt sehr, also manchmal ziemlich schroff und Wasser, also er ist sanfter geworden in seiner Art und Weise. Also manchmal ist er noch ein bisschen sehr temperamentvoll, wenn ihm irgendwas nicht passt, dann muss das halt mal raus. Aber danach findet er halt schnell wieder die Ruhe in sich und macht dann weiter. Früher war es halt so, dass manche Sachen, wenn sich jemand nicht Mühe gegeben hat oder so, das hat ihn halt geärgert, weil es wahrscheinlich ihm das Gefühl gegeben hat, dass demjenigen es nicht wichtig ist, also nicht so wichtig, wie es ihm ist. Und ja, in der Hinsicht ist er doch gelassener geworden. Ja, in der Hinsicht ist er, also nicht so wichtig, wie es ihm ist. Holger als Kampfrichter ist, glaube ich, so ziemlich einer der neutralsten Bewerter, die ich kenne. Anfangs ist es sehr unangenehm, je nehmlich früh auf der Matte zu stehen, andere bewährt zu müssen, es mit in der Hand zu haben. Man nimmt die Sache natürlich ernst, will, dass alle zufrieden sind, das geht nicht. Und mit den Jahren erst wird man fokussierter und sagt sich, es geht hier nur um Karate, ich bewerte heute nur Karate. Ich bewerte nicht, ob der Vater, der da hinten sitzt, ganz aufgeregt ist, ob sein Töchter steht, der heute packt und die ganze Zeit Daumen hält. Ich bewerte jetzt nur, was ich hier sehe und zwar gemessen an den Leistungen der anderen und ich werde hier den Besten nach vorne bringen. Er hat die Regeln alle im Kopf, er schafft es unheimlich gut, die auch rüberzubringen. Und es ist immer auch so lieber, netter, wenn er nicht nach vorne steht, aber eben auch streng genug.